So, hallo Leute und willkommen bei Brennwett-LP und willkommen zu einem erneuten Instanzen-Video, Legi-intern, auch wenn es sich so aussieht. Ähm, Traubnerhöhle hatten wir schon, richtig? Ja, äh, keiner redet wieder am Anfang, lass uns mal alleine, so egal hier, so, hallo. Oh, Entschuldigung. Clary's vor, ah ne, Tank's vor. Wie zur Hölle. Wie zur Hölle, was? Gibt's hier Invis? Äh, ja, später, ja. Kann entdecken. Oder? Na, du kannst einiges noch entdecken. Hm. Obersdecke. Ja. Ach, ne. Geht schon los hier. Keine eine Minute um. Äh. Äh, äh, oh. Ballerblut. Ach, ich muss dir das umschieben. Oh, hin, dahin, da ist gut. Wie wie EP krieg ich denn hier? Päh. Voll blöd. Oh, das ist ja gut wenig, bin ich begeistert von. So, hier brauchen wir nicht, obwohl, das hat sich gerade erledigt. Egal, ne, was ist er? Nö, EP, ne? Wollen wir den Boss hier rechts mitnehmen? Das wissen wir ja, oder? Nö, das wissen wir nicht. Wie heißt der denn? Nö, es ist nicht direkt ein Boss, der hier vorne rechts im Raum, aber der ist scheiße. Muss man für ihn erklären und so. Nö, warum nicht? Wie heißt der denn? Vielleicht brauche ich den für die Quest. Was machen wir? Ne, nicht für den. Es ist keiner, eh, alle und später dann austeilen. Wer Platz hat, nimmt. Und sonst ist keiner, der nicht für die Level-Dingens best. Nein, nein, nein. Achbar, die Leute sind alle links. Kann man die Quest teilen, weil du schaffst da trocken nicht mehr? Äh, schaffst du's noch. Tito. Nein. Schade. Oh, egal. Geht wirklich nicht. Nicht teilbar, leider. Ja, die gute alte Asmo-Dropen-Hülle. Finde ich aber besser als den Drahto da hinten. Ist heller hier. Ja. Dass bei den Asmos mal was heller ist. Den Drahto machst sowieso niemand. Ja, aber die hier laufen sehr regelmäßig, ne? Also gibt's noch gar nicht mehr. Regelmäßig ist gut. Wo ist hier jetzt meine Musik hin, ja? Wo ist hier noch? Den richten, wenn wir brauchen. Den Musiker. Ah, Mist. Okay. Jetzt haben wir ihn. Du hast gesagt, wir brauchen den. Ich hab gedacht, ich hab' ich schon fast noch besser. Ich nehm' den mal mit hier kurz. Zum Gladiator. Jo. Jetzt mal zu den Rollator. Weil wir haben hier drei. Das ist ein Mystiker, der kommt nicht hinterher, der Dumme. Und heilen tut er auf, oder? Ja. Vielleicht gar nichts mehr. Ich krieg' die nicht hochgehoben. Ja, das ist klar. Wir haben alle extreme Stuntweisen. Ach Quatsch, hat einfach nur zu wenig Pritzi. Das kann ich natürlich auch lassen. Ja, da braucht er ein Pritzi. Das hat mit einem Pritzi zu tun, beim Asser. Wie Part da? Egal, machen wir. Warum? Egal. Was denn? Ne, 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 ne. Du hast alles auf jeder gesagt. Ja, ja, ne, ne. Deswegen hab' ich ja gesagt, das ist egal. Ja, also wie immer halt. Das wär' ja einer macht, quasi. Ja. Ach Gott. Da können wir jetzt ja alle nachher verteilen oder einer verteilen. Eben. Kommt aufs Legion aus Blocken. Ja, ja, immer nicht. Die zwei rechts. Telefon. Telefon. Ja, ich muss kurz. Ja, okay. Wir gehen hier weiter. Ich hoffe, du läufst mit. Ja. Nimm mich mal. Wir können links vorbei. Drei Wegmann. Ne, brauchen wir ja nicht. Wir können gleich den einen mitnehmen, der dann, wenn er zurückkommt. Aber, an sich, brauchen wir jetzt hier nur die zwei hier oben oder wollen wir auf den Wattermatt, kommt er gleich wieder? Ah, wir warten vor sich selber. Kommt er gleich wieder? Denn theoretisch. Dann müsste er jetzt gleich umdrehen, ne? Ja, kommt er. Ja, kommt er doch. Ich glaub' nicht, dass er uns im Rücken laufen würde, aber sicher ist sicher. Hm. Ich hab' mal ein bisschen neue Musikauswahl hier. Hört er ja nicht. Hinter uns. Was? Geht's. Ich hab' den hier. Ich glaub' das tun jetzt. Wenig. Ja, du. Okay, nur den. Wir fangen ja gerade mal irgendwie hinter uns. Na? Noch eine rauchen. Hilft. Ich hab' kein Filter mehr. Verdammt. Glaub ich. Also drei? Ich steh mir nur rauchen ohne. Nee, der hintere müsste eigentlich nicht Edden so tun, hoffe ich. Es ist gerade so von der Range. Muss mal gucken. Ich zieh die beiden her, das passt schon, genau. Den einen werde ich in die Wand führen hier und gut. Wenn er nicht wieder stehen würde. Ah, super. Ich hasse euch. Wieso? Ich will ne heilen. War ich auf deinem falschen Mob hier gerade? Ah. Ah, ich muss das ja mal auflegen. Warum willst du nicht heilen? Ich will ne heilen, schlau mal sehen. Aber ich musste immer heilen, ne? Die brauchst du doch, ne? Ne, die anderen waren das. Ego brauche ich. Ego. Okay. Also, ich weiß nicht, wie das bei euch heißt. Ja, ja. Den Pullen? Ja. Danke mal. Ja, warst du schon nicht mehr in Droppen hier. Ewig. Ewig. War vielleicht ein, zweimal mit dem Zoubi. Das ist dann ewig, ja. Ich weiß nicht, dass du wahrscheinlich im Levelbereich warst, oder? So, alle da. Ich hoffe, Blaseball kurz. Hier. Genau links. Oh, ich hab ge-edit. Genau. Deswegen. Nicht gesehen. Dann weißt du, ich mich nächstes Mal wie ich. Ja. Ja, als 56er hab ich hier nichts ge-edit. Oh. Ich bin ein Level höher als du und hab mich ge-edit, also. Hm. Mit 56 kann er hier gar nicht mehr enden. Hier ganz, ganz links an der Wand. Dann adden wir die gar nicht. Guck, wenn das mal ein Geist hinkriegt, kriegt der es auch hin. Oh, hier. So, das ist der erste von der Quit. WB. 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 Was ist hier? Boss. Wo? Ach, da oben. Kann nix, macht nix. Rofta. Okay. Also, die Kollegen. Also, wir kommen dann lieber nicht. Aber drehen mal. Ja. Dreh dich gleich mal. Ja, da musst du erst mal ein Stück herkommen. So, dann stellt euch mal. Hast du Angst hinten in der Klippe? Aha, ja. Ich hab da so'n Talent, ja. Ach. Ach, das sagst du jetzt, ne? Ja, ja. Ach, wenn du mich vom Boden da aufkratzen musst. Ich doch nicht, ich bin ja kein Heiler. Doch. Du bist mein Heiler. Ich bin dein Heiler. Ja, mein Privat-Privat-SM. Vierknecht-Heiler. Warte. Jetzt hängst du kurz halt auf, Digga. Ja, ja. Da macht dir wirklich gar nichts. Solche Bosse haben einfach nur viel zu viel HP. Die machen einfach viel zu wenig damage. Ja, Spukini. Go, go. Struck der hier. Struck der hier. Ich bin nicht der Einzige, der Damage machen muss. Äh, doch. Nein. Doch, du bist der DD hier in der Gruppe. Von Visalie kann man nichts erwarten, der ist 41 und, ja. Und die haben zwei, die sind eigentlich wohl noch nicht so viel. Von mir kann man auch nichts erwarten, ich renne mit 30er Stab. Das ist meiner besser. Dein Stab? Genau. Hab ich mir gedacht. Der ist, der ist imba. Na, ich sag gar nichts mehr. Obwohl der bei mir kaum ausweist oder irgendwas. Der ist immer mächtig, wie du jetzt sagen würdest. Wer? Ich sag das nicht mehr, wenn Visalie da ist. Wieso nicht? Weil er das geil findet. Deswegen hängt er so oft mit dir ab. Was? Ja. Wenn Messie mit mir fertig ist, dann komm ich nicht mehr auf. Was? Was? Hallo? Was vermittelt ihr für einen Eindruck? Den richtigen. Den richtigen. Warte. Der hätte Penis jetzt besser gepasst. Weißt du? Hm. Denk ich nicht. Also, das war eigentlich was. Der braucht jetzt fast gleich. Das geht's wieder Bart an. Pst. Aua, mein Geist. Ja, tschüss. Ich baff den, warte. Pass auf. Der ist doch da volles Lifehals. Ja, weil ich mich gerade geheilt habe. Ja, hier, ich heil den jetzt. Danke. Damit du ja nicht neu beschwimmen musst. Ja, ne. Ich glaube, die jetzt eh nehmen. Toll, also habe ich dich jetzt geheilt? Ja. Machst du dir Sorgen, dass Feier das nicht macht? Nein, das hast du mir jetzt so Mana besorgt. Du kannst doch nach Mana fragen. Nö, das geht schon. Das B-Scheese ist jetzt nicht so schlimm. Ich denke. So, Lexus. Schon wieder? Bing. Ja, jetzt für Leute zählt nur für mich nicht. Ja, der hat eh meistens nur den grünen und blauen Kram drin. Ich glaube, der kann, doch, ich glaube, der kann auch Gold droppen. Der kann Gold droppen, ja. Akbars Ohrringe sind in der Regel immer drin. In der Regel. Und während der Regel. Und während der Regel. Nein, habe ich auf die Ohrringe gepasst? Warum machst du denn sowas? Warum? Auch, nee, ich wollte schon sagen. Die sind ja crap. Ja. Ja, aber ich habe weiße. Oh, guck mal. Jeder so, jeder so, wie er es verdient. Hahaha. So, wir hüppen jetzt hier runter. Oh nein, die sind ab 47, ey. Hahaha. Ähm, wie sind die Lieber normalen die Kante? Ich weiß wohl, wie das geht. Ja, okay. Ich nicht, ich nicht. Wie geht das? Guck, direkt unter uns. Seht ihr da diesen kleinen, etwas grau-hellen Vorsprung? Chayana springt schon vor. Ne, sehe ich nicht. Ne, ich auch nicht. Wieso nicht? Ach, das. Da, ja. Ja, ja. Ach, ja, okay. Bis im Kreis. Bis im Kreis und dann passt das schon. Bin ich jetzt zu weit runter? Oh, oh, oh. Ja, ich bin schon zu weit unten. Ah. Ich glaube, ihr könnt auch... Ich habe mal ein bisschen Damage gekriegt, Digga. Guck mal, wo sind die? Ich bin auch tot. Hä, ach, den Vorsprung meinte. Oh, Spukini, das war knapp. Ich bin gut. Ich habe den falschen Vorsprung gemeint als ihr. Ja, du musstest direkt runtergucken, wo wir so zurück... Ja, aber ich habe einen anderen Vorsprung. Ich bin mühe zu weit gefliegt. Gefliegt? So. Mampfpause. Ja, Gott. Einmal runtersterben, bitte. Ries, meh. Wo bist du denn? Hey, ich habe mir eine Karte umsonst gesehen und hätte sie zurückgekauft. Wieso? Na, weil ich den scheiß Clay-Leveler. Wieso? So, in der Mitte, aha. In der Mitte aus dem Programm, Alter, wahr? Dann würde ich aber nicht für die Dread nicht zurückgreifen können, oder was? Oder das hier, oder die PS. Mit Dread kriegt ihr mich mit dem Clay-Level sowieso nicht. Die Dread. Können wir nicht den schwarzen Magier da hauen? Können wir machen. Mach mal. Obwohl, warte, nein, lass mal. Ihr seid alle zu klein, das kriege ich nicht geheilt. Ja. Dann lassen wir es. Spugini vorhin noch einfach. Willst du meinen Geist teilen, dann lassen wir den denken. Ja, mach schon. Mein Geist anfassen. Er wird eh nicht halten können. Scheiße, ich habe den falschen Geist dafür. Egal. Er hat aber den erdigen Geist genommen. Ja, ich weiß. Ach, den kriege ich auch geheilt. Hier sind noch einige Mopsungen gelootet. Oh, ein Invi. Wir werden sterben. Oh, hier lässt er ihn nur noch da schuppen, liegen kühl. Wie soll ich, kann ich mich heilen? Warum?